altenholz stift wir sind hier am 5 januar 2022 ein spaziergang 5 januar 2022 mittwoch ein spaziergang der erste spaziergang durch altenholz stift getroffen wurde sich um punkt 19 uhr an der bushaltestelle dorfteich und aufgetaucht sind 32 personen zum ersten spaziergang lichterlauf durch altenholz stift und vorbei an der bundesstraße von vielen personen dort gesehen ungefähr anwohner die aus dem fenster gucken und das war jetzt einmal von hinten nach vorne alle 32 spaziergänger die hier in altenholz stift mittwoch 19 uhr am dorfteich sich getroffen haben viele rollen nächste woche wiederkommen